Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 46.800 US-Dollar. Wir haben gestern nochmal einen ordentlichen Pump nach oben hingesehen haben, damit auch das technische Preisziel von unserem Symmetrical Triangle erreicht. Wir haben es noch nicht ganz ins Golden Pocket geschafft, was aber nicht ist, kann auf jeden Fall heute noch kommen. Wir stehen kurz vor der ETF-Zulassung. Die Gebühren sind mittlerweile bekannt geworden, da gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Und wir schauen uns natürlich auch mal so ein bisschen das Open Interest und natürlich auch die Funding-Fees an. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr braucht Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Gestern auch nochmal kurz das Update dagelassen, wie wir jetzt mit unserem Long weiter vorgehen. Und ansonsten, wenn ihr das Ganze nachtraden wollt, kann ich euch nur meine Partnerböse BingX empfehlen. Dort könnt ihr Forex, Krypto und auch die Stockmärkte traden. Und habt eine riesige Auswahl auch an Altcoins und auch mittlerweile an Low-Caps. Also, Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 46.800 US-Dollar. Wir haben, wie gesagt, das technische Preistil hier mittlerweile erreicht. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen hier pessimistischer angehen, schauen wir uns das mal an vom Breakout-Versuch. Also wirklich fast perfekt auf den Dollar. Genau, damit können wir das jetzt erst einmal wegmachen. Es gab gestern wieder einigermaßen News, dass der ETF eben heute oder morgen kommen soll. Und dann auch spätestens sogar vielleicht am Donnerstag oder Freitag bereits handelbar sein soll. Darauf würde ich mich jetzt noch nicht festlegen. Dass er kommt, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Nachdem gestern auch Gary Gensler dann etwas gepostet hat. Mit, ja, es ist risikoreichen Kryptowährungen etc. pp. zu investieren. Also es steht an, dass das kommen würde. Die ganzen ETF-Anbieter mittlerweile unterbieten sich, was die ganzen Gebühren und sowas anbelangt. Ich glaube, Bitwise war das Billigste von 0,25% für die ersten sechs oder in den ersten sechs Monaten sogar kostenlos. Und dann 0,25%. Schauen wir mal, was da rauskommt und ob überhaupt alle dann auch genehmigt werden. Oder ob es da vielleicht irgendwelche Fehler gab und nur BlackRock möglicherweise genehmigt wird. Wird sich alles zeigen. Auf jeden Fall haben wir dann gestern diesen impulsiven Ausbruch nach oben hin bekommen. Wichtig, was man hier jetzt mittlerweile sagen muss. Okay, wir haben hier eine Bearish Divergence. Wir haben zwar ein höheres Hoch gebildet, aber die Bearish Divergence spielt jetzt hier möglicherweise uns langsam in die Karten. Und passt auch immer besser zu unserem Fractal, wo wir darüber gesprochen haben. Dass wir eben, wenn wir diesen Vergleich nochmal setzen, vom El Salvador Pump damals, der vor den News kam. Da ging es dann auch schlagartig nach oben. Und die Bewegung passt immer, immer mehr. Umso länger sich das jetzt zieht. Ihr könnt euch vielleicht an dieses Fractal noch erinnern. Ich glaube, ich habe es hier nicht mehr drin. Ne, habe ich leider nicht mehr drin. Also riechst du nochmal raus für das morgige Video. Dass vor allem die letzten ein, zwei Tage dann eben diese Pumps kamen vor dieser Genehmigung damals bei El Salvador. Und dann ging es schlagartig nach unten. Und unser Preisziel, wie gesagt, liegt hier weiterhin hier oben bei den 48.500 US-Dollar. Bis, ich sage jetzt mal, 50.000, 52.000 US-Dollar, weil hier oben eben das Golden Pocket liegt. Das sind auch die Preisbereiche, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Die dann nochmal mit einer Zulassung kommen. Das heißt, dass wir nochmal einen kurzen FOMO-Trip nach oben hinkriegen. Nochmal so eine FOMO-Candle. Und dann möglicherweise eben dieser Abverkauf in Richtung 38.000 US-Dollar geht. Wichtig ist, die 38.000 US-Dollar zählen natürlich jetzt auch nur als Korrekturlevel. Sollten wir wirklich nur in diesem Bereich hier vorstoßen. Sollten wir natürlich eine Mega-Candle in Richtung 53 oder sogar 57 sehen. Was ich nicht glaube derzeit, ändert sich natürlich auch das Korrekturlevel. Aber momentan bin ich eher oder schon die ganze Zeit bei den 38k als Minimum- bis Maximum-Ziel, wo erreicht werden könnte. Blicken wir mal ganz kurz auf die Funding Rates. Die gehen wieder etwas nach oben. Vor allem bei OKX, BingX mittlerweile. Die YDX auch wieder ein bisschen angezogen. Also man sieht schon so diesen extremen Umschwung langsam wieder im Markt. Und wenn wir uns dann noch das Open Interest angucken, was in den letzten 24 Stunden da dazugekommen ist. Binance 16%, CME 17%, Binance 10%, BitGit 14%, OKX 11%. Also das Open Interest nimmt wieder deutlich zu. Und es ist schon wieder eine Milliarde an Open Interest reingekommen. Das heißt, wir stehen schon wieder eigentlich da, wo wir bei unserem letzten Dump, wenn ich euch das nochmal ganz kurz zeige, wo wir bei unserem letzten Dump hier standen. Also das wird, sollte da irgendwas genehmigt werden, ganz, ganz schnell gehen, dass wir erst vielleicht nach oben jumpen und dann nach unten hin. Weil wir sehen, die Long-Positionen kommen jetzt langsam wieder rein. Das habe ich euch gestern gesagt. Gestern waren wir hier noch auf einem neutralen Boden. Als wir die Long-Positionen aufgemacht haben, hier unten bei 44.000 US-Dollar, seitdem ordentlich Profite gemacht. Also ich habe dann gestern nochmal ein Update dagelassen, also zwei Take-Profits sind genommen. Ansonsten könnt ihr jetzt nochmal den zweiten Take-Profit nehmen. Den dritten werden wir dann erst hier oben nehmen. Und dann werden wir auch mit einer Short-Hedge-Position reingehen. Also ganz, ganz wichtig, momentan 50% aus der Position, die wir hier unten oder für alle, die gestern hier noch reingegangen sind. Und den Rest warten wir jetzt dann erst einmal ab. Aber ich glaube, das wird ganz, ganz schnell gehen, weil jetzt hier die Leute wahrscheinlich wieder FOMO kriegen. Das heißt, das nächste Leg-Up ist möglicherweise dann drin und dann kommt eben die ganzen Short-Liquidationen und dann geht es nach unten. Das ist momentan mein Primärszenario. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Short jetzt schon hier in diesem Bereich zu machen, wäre viel, viel zu riskant. Also hier bitte die Finger von lassen von irgendwelchen Short-Positionen. Lasst es einfach. Wer long ist, genießt die Profite. Wer sonst gerade gar nichts ist, lasst die Finger von. Wartet eher darauf, dass wir vielleicht doch heute nochmal im Laufestag eine kleinere Korrektur kriegen. Vielleicht bis 44.700, auch wenn ich es derzeit noch nicht sehe. Aber was nicht ist, kann auf jeden Fall noch kommen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Auch hier haben wir jetzt erst einmal unser Maximalziel erreicht. Zumindest unser kurzfristiges Ziel von knapp 2354 US-Dollar. Also die Ineffizienz wurde geschlossen. Das war das Ziel von gestern. Da wurden wir jetzt erstmal zurückgewiesen. Ob wir jetzt direkt schon diesen Abverkauf sehen, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Warten wir es erstmal ab. Grundsätzlich lasse ich jetzt dieses Szenario erstmal drin. Sollte Bitcoin jetzt doch nochmal Richtung 44k gehen? So wie wir es gerade eben besprochen haben, wo unser Golden Pocket lag. Okay, dann sehe ich Ethereum auch da unten. Aber ansonsten an sich lassen wir das erstmal. Ineffizienz geschlossen. Short bin ich hier nicht reingegangen. Habe ich auch dazu gesagt. Gefällt mir gar nicht das Szenario. Aber es würde zur Gesamtsituation es einfach umso mehr passen, dass wir hier dann auch diesen Abverkauf eben runter in den Bereich der 2050 bis 2080 US-Dollar sehen. Weil Ethereum einer der wenigen Coins ist, der eben den WIG bzw. diesen Doct, je nachdem wie ihr dazu sagen wollt, noch nicht abgeholt hat. Und dieser WIG ist zu groß, um nicht beachtet zu werden. Also früher oder später werden wir uns den auf jeden Fall holen. Wie gesagt, keine Short, keine Long. Da warte ich eher gesagt hier unten auf die 2050 US-Dollar. Blicken wir nochmal ganz kurz auf die traditionellen Märkte. Gold haben wir gestern drüber gesprochen. Zweiten Take-Profit hat er geholt. Gestern gesagt, bei 2021 oder 2022 rum werden wir hier auf jeden Fall den zweiten Take-Profit nehmen. Wurde genommen. Wir sind sogar noch ein bisschen tiefer gegangen. Seitdem ein bisschen Konsolidierung. Mindestziel bleibt hier unten aber die 1997 US-Dollar bis runter auf 1980 US-Dollar. Das sind unsere Ziele, auch um die Gold-Long-Position wiederum zu füllen. Ansonsten tut sich hier wenig. DAX weiterhin sehr, sehr konservativ. Eher hier ein bisschen am rumgambeln. S&P 500 am Steigen hat jetzt mittlerweile auch so wieder das Ziel erreicht, wo wir drüber gesprochen haben. Golden Pocket und Nasdaq auch auf dem Weg. Also auch hier könnt ihr euch vielleicht jetzt heute oder morgen noch auf ein kleines Short-Signal freuen. Warten wir mal ab, was so die Märkte hier noch treiben. News-Technisch, wie gesagt, steht heute nichts an. Also morgen dann auch nicht wirklich. Wir haben erst Donnerstag und Freitag dann die News-Tage mit den VPI-Daten, die ja auch bekanntlich etwas ansteigen sollen. Genauso wie in der EU und wie in Deutschland. Warten wir mal, was da auf uns zukommt. Also die Woche wird extrem spannend noch werden. Wir sind jetzt erstmal long positioniert. Wir sind short bei Gold, long bei Gold, short beim DAX. Also wir könnten auf jeden Fall eine hammergeile Woche haben. Und wenn die anderen Trades auch noch aufgehen, warten wir dann erst einmal ab. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Like da lassen, Abo da lassen. Gerne mal unten eure Meinung reinschreiben, was ihr jetzt von dieser Woche haltet. Sehen wir noch einen Pump, wie hoch steigen wir. Schreibt es unten gerne in die Kommentare, natürlich auch für den Algorithmus. Ja, Like da lassen, Abo da lassen. Telegram-Gruppe auch gerne joinen. Ansonsten meinen Partner BingX abchecken. Und dann war es das von mir. Wir hören uns gegebenenfalls später nochmal. Und dann ansonsten wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Steck.